Willkommen bei Moog Mods Mo, mein Name ist JMo und ich heiße euch willkommen bei dem spannenden nächsten Teil, Kapitel 7 von Max Payne 3. Was kann ich sagen, kurz zum Einstieg? Ja, ich habe das siebte Kapitel eigentlich schon durchgehabt, gab aber irgendwie einen Aufnahmefehler, keine Ahnung, das Video lässt sich nicht mehr wirklich richtig abspielen und ist deswegen korrumpiert. Das heißt, ich muss das Kapitel 7 nochmal von vorne machen, das heißt, dass die goldenen Waffen hier jetzt schon mal wieder fehlen, weil ich die schon fleißig eingesammelt habe. Deswegen werde ich jetzt ohne großen Umschweifen gleich mal zum Punkt kommen und hier weitermachen und zwar noch eine kurze, kurze, kurze Rückblende. Wir sind einen Tag trocken und sind jetzt auf der Suche nach Fabiana, weil unser Boss tot ist und wir wenigstens noch eine Sache gut machen wollen. Deswegen haben wir uns jetzt in the Ghetto begeben, um da Hinweise zu finden, beziehungsweise direkt Fabiana zu finden. Tut mir leid, wenn ich vielleicht nicht ganz überrascht sein werde, weil ich kenne ja das Kapitel schon. Ansonsten geht es ab dem nächsten Kapitel hoffentlich wieder blind weiter. So, das war es von mir erstmal. Euch wünsche ich jetzt schon mal viel Spaß im Leben von Sao Paulo. Weiter geht's! Das war es von Säbos. Das war es von Säbos. Das war's 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 von Säbos. Yo, I had no idea where the hell I was going to go, so I decided to head straight for the street party that seemed to be raging. Either that or some other fool had gotten there before me and now was being ritually sacrificed. I've had better ideas, but that I've also had worse ones, like accepting this job in the first place. Max Payne, Party Fork! Da unten? Jesus! Sehr trauen kann er ihm nicht. Er hat schließlich seine Hand direkt schon an seiner Knarre. Aber wer würde das nicht tun? Erinnert so ein bisschen an... Erinnert so ein bisschen an... Irgendwann an Mexiko. Wo Johnny Depp auch so einen kleinen... Reiseführer hatte. Aber nachdem er erst blind war. Naja, egal. Mal gucken, was ich jetzt als Max Payne hier reißen kann. Willkommen. Willkommen. Ah, okay. The way I see it, there's two types of people. Those who spend their lives trying to build a future. And those who spend their lives trying to rebuild the past. For too long I've been stuck in between. Hidden in the dark. What was I really doing walking in there with my bad haircut and ridiculous shirt? Was I there to make something right? Or was I just using a messed up situation to indulge myself? Grasping at some desperate delusion and control. Maybe the two went hand in hand more than I cared to admit. What was I doing? Dude, have you just seen it? There's someone a bit of pain in a bit. I don't think so good. But I fall here like a dog... ...under... ...Kampfhunden. Not so great. But what do I do? Let's go to the party! Hey'ill warn! Heyggh! Whoa, whoa! Where did the party come off? Ever did your day come off? Take care! It's on the opposite! Bye! Battle! und die Top Dollar zu sehen. Slums wurden Tourist-Tractions, Pläts, wo yuppies gauke an den Endless Spirit des Pooren von der Busser von der Busserreie. Ich fühlte mich schuld und entsposed. Ich vermisse die Blöds. Nichts, dass es so wichtig ist. Ich war kaum auf der Koffe. Ich stand in dieses Ort wie ein Streewalker in einem Monastery. Yep. Continue andando, caralho! Que porra é essa que você tá fazendo aqui? Como que você sai entrando aqui assim? Anda, anda, vai pra lá! Hey, guys, o que você tá fazendo aqui? Eu tô te perguntando! Eu te chamei aqui, porra! Easy, pal, easy! Ah, então, você é americano de merda! Ah, look, I didn't mean any offense. Me dá só uma razão pra eu não te matar, seu americano burro! Ah, desculpa, amigo, por favor! Passa tudo que você tem, viado! Pega o dinheiro dele! Pega o dinheiro dele! Ah, relógio, hein? Passa aqui! Vá logo! Vá logo! Vá da puta! Valeu, mano! Bem-vindo à favela Nova Esperança! Agora tá fora daqui! All things considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me. Middle income ass kickers who protected the rich by shooting kids like them. The first day off the sauce and somehow I'd still ended up in the gutter. That's what I was going to do now. The friendly dude, the friendly man said with the pistol. So that's it. So that's it. Ich kenne das übrigens richtig gut. Pass ab, pass ab, schieß ein Tor, schieß ein Tor. Ach nee, sie tricksen den ja nur aus. Sebastião! Es ist Zeit für den Abendessen! Ja, vielleicht sollte Max sein Bodyguard Job an den Nagel hängen und viel mehr Jugendcoach werden für so eine brasilianische Mannschaft. So als Talentscout vielleicht auch, wer weiß. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht? Aber er kennt sich absolut gar nicht damit aus. Hey, vielleicht können die Leute mehr ein bisschen helfen. Dieser alte Herr, die Schwangere und die anderen zwei. Ich bin ein bisschen verletzt. 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 Wo bist du? Du bist in der falsch, Alter. Ich verstehe. Ich brauche ein Telefon, ein Telefon. Ein Publikum. Wir sind nicht ein Centrum für Touristische Informationen. Oh, sie würden mir nicht helfen. Und wer könnte sie schuldigen? Ich war ein schulder Amerikaner in einem Ort, wo schulder Amerikaner weniger populär als der Klap. Wenn ich meinen Weg aus dieser Mühe finden würde, wäre ich selbst. Ja, niemand will helfen. Niemand will uns helfen. Niemand will sich nämlich in unsere Probleme einmischen. Es ist ja auch verständlich. Die Ironie war nicht verloren auf mich. Ich dachte, Sobriety war kein Wunsch mit mir tot. Ja, nein. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Hey, Leute. Wollt ihr mir vielleicht ein bisschen helfen? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ihr? Hallo? Was ist das? High-five? Wollt ihr mir auch einen High-five geben heute? Freunde? Nein? Nein? So ein Mist. Und schon wieder bin ich allein auf mich gestellt. Durch den grauen, alten Alltag muss ich mich begeben, um etwas Sonne zu gewinnen. Hey, den kenn ich! Hey, hast du verloren? In mehreren Wagen, als ich es möglicherweise erklären kann. Ich kenne dich. In der Disco, mit der Schraube. Ja, du hattest dann noch Haare und besser Haare. Anders Dedling aus Steele Norddeckora. Warum on earth are you here? Well, I'm, uh, looking for someone. What are you doing here? Oh, we came to help the cause. See, after I retired, my wife, she said I had to do something. And, well, you know, I always loved kids, so I got involved in Angels of the Hill. Oh, it's a great cause. And they're really great folk. And, well, now we come down twice a year to help inoculate the children of the Favelas. Yeah, oh, simply wonderful, giving back. Whole family does it. In fact, my little girl's coming in a couple of days. Aren't you afraid? Ah, I was a cop for 25 years. And, granted, Steele ain't San Paolo, but, you know, I seen things. And people are the same everywhere, good, bad, indifferent. Listen, have you heard anything about a woman, about 28 rich? She was kidnapped. I heard she was being held around here. No. Alright, well, good luck. You too. You looked like you needed it. I gotta get back at it. Hey. I say a prayer for you. Another life lesson I didn't want. Don't leave. Oder die? Der? Fegen? Hey. Na ja. Na ja. Die wird geholfen, wenn man sich selbst hilft, oder sowas in der Art. Das stand zumindest, ähm... Das kam zumindest in der Bibel vor. Was haben wir denn hier? Was soll die Bar sein, von dem Max geredet hat? Oh, Palacio. Palacio. Ah. Irgendwas mit Palast. Mal gucken, wo wir da jetzt reingeraten. Sieht ja nicht unbedingt aus wie eine reine Bar. Lasst mich bloß in Ruhe. Das scheint ein bisschen Rotlicht-Milieu hier zu sein. Mit ein bisschen Drogen. Hey, das ist unser Telefon. Telefoni, vai, lá no fundo. Segue in frente. Oh, sorry. Hey, Max. Kann ich dir ein Bier? Do I know you? I don't think so. Look, if you're going to shoot me, you make me quick, I'm a little busy. If I was going to shoot you, I wouldn't waste a beer. Hey, come on. Try and dry out bits. Just a soda, please. Sure. Denken Sie. Bein gelade. Yeah, sehr schön. Oder auch nicht. Eigentlich nicht. Aber naja. Das, was wahrscheinlich hier reinpasst. In die Gegend. Let me ask you something. Have you ever seen this guy? Cejano. Yep, he's a real sweetheart. Yeah, he sure put his gang out of business. But don't worry, those guys they're a small fry. This is the guy I'm interested in. Neves. And this is his little buddy here. Milo Hegel. They work for this vigilante group. Rasha Preto. Yeah, I know him. They're very popular with right-wing politicians. Like Victor Branco. Now you see, many years ago he helped clear some villages on a bit of land. Rodrigo Branco wanted to develop. Rodrigo Branco? Yes, he did some very bad things. Anyway, have you ever seen this guy? Maybe at the stadium. I knew you were involved in that business. You know, I wanted to investigate that, but I got an order to blame it on some local street kids instead. Tell me, what happened there? Nothing. We simply went to hand over some cash to this guy's clowns for a ransom exchange when this guy's clowns jumped us and they shot everybody. apart from you and your boy Passos. That's right. But we had to shoot our way out of there. They let you go. It's okay. It's a little weird right now. But I know that Victor Branco is involved in all this. I just don't know how or why. And I know that the Yufay are involved in all this as well, but I just don't know how or why. And you know what's going to happen? The moment is going to come along when I put all these pieces together, and at that moment, someone is going to come along and put a bullet in my head. Anyway, listen. I think you might want this. Thank you. I'll need it. And if it's Fabiana Branco you've come looking for, I think she's up the hill. So why don't you just go get her? I don't know. If I'm a cop, I mean, I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb, but if I go up that hill right now, I'll be dead in three minutes or less. Maybe you too, Max. You're in the jungle now. So it appears. If you survive the next hour, let's speak. You help me. And I'm going to do what I can to help you. Good luck. I didn't know what to make of what this guy had just told me. What was true and what was just someone else's convenient bullshit. Then some less than friendly locals came in and found me in the wrong mood to party.